Besonderer Anlass, besonderes Interview. Xabi Alonso hat vorzeitig für zwei Jahre bei Bayern 04 verlängert. Xabi, das wird sicherlich für viel Freude im Klub und bei den Fans sorgen. Erzähl uns mal, was sind die Hauptgründe für die Vertragsverlängerung? Ja, natürlich gab es viele Runden, aber ich glaube, wir teilen die Idee, die Vision für das Projekt, für den Klub. Wir haben Ambitionen, alle mit Fernando, mit Simon, mit Mr. Benin. Wir teilen diesen Wunsch zu verbessern und ich fühle mich gut mit der Mannschaft, mit den Spielern. Es gab viele Runden, aber jetzt habe ich die große Motivation, weiterzumachen und diese Saison gut zu machen. Genau diesen gemeinsamen Weg, das spürt man, dass ihr alle zusammen an einem Strang zieht, dass diese sportliche Ausrichtung, dass ihr genau von dergleichen überzeugt seid. Inwiefern beeinflusst und erleichtert das auch deinen täglichen Alltag als Trainer? Ja, es ist einfacher, wenn die Arbeit jeden Tag ist, ist in einer guten Stimmung, in einer guten Kommunikation. Es macht es einfacher. Aber für mich ist es, diese Verbindung zu schaffen, dass wir jeden Tag besser tun können, mit den Direktoren, aber auch mit den Spielern. Ich brauche diese Kommunikation in der Nähe, damit wir uns besser kennenzulernen können. Und wir haben hoffentlich eine gute Saison nach vorne. Jetzt muss man ja sagen, du wurdest auch von vielen Klubs als Trainer jetzt schon umworben und wirst es auch. Das kennst du natürlich als Spieler schon. Als Spieler hast du quasi alles erreicht, was man erreichen konnte. Wie ist es jetzt als Trainer? Was sind deine Ziele? Ja, ich war glücklich, wie Spieler, einige Dinge zu erreichen, zu machen. Aber jetzt ist es eine andere Phase. Wie Trainer, ich bin glücklich hier. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe diesen Wunsch gut zu verbessern für mich, für die Mannschaft. Und das ist mein Rostesiel und mein Rosteswunsch gerade. Wie hast du denn diese zehn Monate jetzt erlebt? Ich meine, die Anfangszeit bei Bayern 04 war eine schwierige Anfangszeit. Danach hat sich eine super positive Dynamik entwickelt. Und jetzt hat man das Gefühl, du fühlst dich total wohl und bist angekommen. Ja, nicht zu viel Zeit, aber viele Emotionen in zehn Monaten. Aber jetzt, ja, ich fühle, ich habe dieses Gefühl, dass wir eine positive Saison für uns haben. Und ich will erweitern, ich will meine Besten geben, um zu helfen, dass die Mannschaft gut spielen kann, dass wir gewinnen, dass wir Erfolg haben. Und ja, ich habe einige Gründe, das zu fühlen und zu denken. Man hört auch viel von den Neuzugängen. Dass dein Engagement während der Verpflichtung sehr entscheidend war für die eigenen Entscheidungen. FaceTime-Gespräche, die ganze Kommunikation, deine Präsenz. Und inwiefern freut dich das jetzt auch, das von den Spielern, das Feedback zu bekommen? Ja, ich war Spieler und ich weiß, wann der Trainer in der Nähe ist. Ich will, ein Spieler zu bekommen. Es kann einfacher sein, die Entscheidung. Und ja, ich will so gut wie möglich ein Spiel haben. Und wenn ich die Möglichkeit sehe, ich will diesen Wunsch zeigen, diesen Umsatz zu geben. Und ja, für mich ist es einfach. Und ich bin dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Sehr gut, das hat gut geklappt. Und es setzt dich ja letztendlich auch im Training fort. Also man sieht dich im Training. Die Spieler sind beeindruckt von deiner Passqualität, von deiner Präsenz im Training. Ja, wie sehr kommt dir das zugute, dass deine aktive Karriere nicht lange ist? Ja, das ist normal für mich. Wenn ich will, dass die Spieler jeden Tag mit Leidenschaft trainieren, mit einem intensiven Tag. Ich muss diese Behaviour und diese Attitude teilen, transmiten. Das ist mein Natural, wie ich trainieren will, wie ich kommunizieren will und den Spielern helfen will. Inwiefern war es jetzt auch nochmal anders, weil du eine komplette Vorbereitung auf die Saison mit der Mannschaft hattest? Ja, ich hatte ein gutes Gefühl. Zum Beispiel die Trainingslage in Österreich war gut. Danach hatten wir die Freundschaft im Testspiel in San Sebastian. Die letzten Tage in Marseille war gut. Es war eine super Stimmung. Es war ein gutes Freundschaftsspiel. Es war ein sehr gutes Testspiel. Und morgen gegen Westfalen zu Hause mit unseren Fans. Es wird gut sein, zu wissen, dass die Vorbereitung vorbei ist. Und nächste Woche anfangen wir die offizielle Saison mit dem Pokal. Welche Erkenntnisse hast du jetzt genau umgezogen? Und was willst du auch noch testen? Ja, es ist das letzte Testspiel. Wir wollen noch ein bisschen probieren, einige Dinge. Ich habe eine kleine Idee. Was sind die letzten Dinge zu probieren? Und danach fährt die Saison anzufangen. Über die vergangene Saison hast du gesagt, es war letztendlich positiv, aber du willst noch mehr. Was genau möchtest du mit der Mannschaft und dem Klub erreichen? Ja, ich sah eine Entwicklung der Mannschaft. Und wir wollen nicht stoppen. Wir wollen weiter machen. Diese Entwicklung für die Mentalität, für den Fußball. Natürlich mit den Neospielern. Wir haben, glaube ich, eine gute Balance zwischen Erfahrung und Neuenergie. Und er braucht ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, wir haben eine bessere Mannschaft und wir werden es sein. Und auch die Fans spielen eine wichtige Rolle. Es soll alle zusammen etwas erreichen wollen. Es war in der vergangenen Saison viel Support da, auch Sprechchöre, die dir gewidmet waren. Wie empfindest du diesen Rücken? Ja, es hat mir viel Kraft gegeben in der letzten Saison. Aber für diese Entscheidung, auch wenn ich sage, diese Verbindung zwischen der Mannschaft und der Fans, die positive Energie brauchen wir für unsere Heimspiele. Aber auch wenn wir in der letzten Saison besonders in Rom und auch in Brüssel haben, das Gefühl war sehr schön. Und wir müssen diese Energie, wir müssen diese positive Energie, diese Kraft zu haben. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir. Vielen Dank, Xavi. Dankeschön.